Schweden ist definitiv immer noch unser Land. Für uns, für mich, für die Kinder, für alles. Es ist alles viel, viel besser geworden, als wir uns das vorstellen hätten können. Es haben sich viele, viele Sachen ergeben, an die wir gar nicht gedacht haben. Wir machen eigentlich nur noch 20, 30 Prozent von dem, was ursprünglich mal geplant war. Dafür sind aber sehr viele neue Sachen dazugekommen und es ist definitiv das Land, in dem wir uns jetzt zu Hause fühlen und auch zu Hause sind und auch bleiben wollen. Für mich hat sich nichts verändert. Das ist definitiv das, was wir uns vorgestellt haben. Klar müssen wir an der Arbeitsschraube drehen und natürlich auch dafür Zeit schaffen, um das noch mehr genießen zu können, das wir vor der Haustür haben. Das, was wir jetzt machen, erfüllt uns schon. Wir haben nicht wirklich einen Alltag, weil jeder Tag anders ist und jeder Tag andere Gäste bringt, jeder Tag andere Aktivitäten bringt und natürlich ist es eine Art Alltag. Aber es macht alles immer noch Spaß und das Abenteuer ist die Herausforderung, sich auf neue Gäste einzulassen, aufzuwachen und zu gucken, welches Wetter haben wir gerade. Es ist aber immer noch so, dass wir auch nach drei oder vier Jahren die Landschaft immer noch sehr lieben, auf Sonnenuntergänge reagieren, für jeden Elch anhalten und fotografieren. Es ist nicht wirklich ein Alltag. Jeder Tag ist hier anders. Warum wir es vom Gesicht verändert haben, war auch, dass das Café vorher mit vielen Leihgaben bestückt war. Ein paar Herzstücke entfernt wurden und wir gesagt haben, Mensch, es ist jetzt nicht mehr das, was es halt auch vorher war. Es hatte definitiv seinen Charme, aber wir bringen ja hier auch frischen Wind in den Ort und haben gesagt, wir müssen es definitiv auffrischen. Da passt das Thema mit der Schneescooter war total gut rein und so hat sich das eigentlich alles entwickelt. Im Camp sind wir zu 95 Prozent fertig. Es sind Kleinigkeiten. Technisch funktioniert es seit zwei Sommern super. Es ist so, dass Kleinigkeiten fehlen wie die Sauna, die noch nicht fertig ist. Die kostet aber nicht viel Zeit, um sie fertig zu stellen. Es sind Kleinigkeiten, dass da noch ein paar Blümchen hin sollen und da vielleicht noch mal 84 Tonnen Schotter. Es ist aber im Großen und Ganzen die Infrastruktur steht. Es funktioniert alles, es ist alles schön. Wir wollen es nur noch schöner machen. Dadurch, dass wir natürlich hier im Herzen von Nurnes direkt an der Hauptkreuzung, wo es schön idyllischen Örtchen sitzen, haben wir natürlich auch die Möglichkeit Touristen-Info zu sein. Das heißt, wir geben Infos an unsere Gäste, was sie hier noch in der Region natürlich erleben können, können andere Geschäftspartner vermitteln. Ja, aber auch die, die den Weg einfach nur kreuzen, vorbeikommen, fragen halt, was sie machen können. Du kannst hier im Winter so viele verschiedene Sachen machen, wobei mein Favorit definitiv die Schneescooter-Touren sind. Für mich selber privat eigentlich auch das als erste Wahl nehme, sobald ich Zeit habe, dass ich mit einem Schneescooter durch unsere echt schöne Winterlandschaft fahre. Das Erste, was ich gestern empfehle, ist eine Schneescooter-Tour, aber du kannst genauso hier Husky-Touren machen, die du bei uns buchen kannst, also Schlittenhunk-Touren. Du kannst in eines unserer fünf nahegelegenen Skigebiete fahren und Skiablauf machen. Wir haben hier selbst in Nurnes direkt eine Langlaufläupe, die beleuchtet ist. Du kannst auf unserer Eisbahn mit einem unserer Fahrzeuge fahren, du kannst Eisangeln gehen, du kannst Schlittschuh laufen. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man hier machen kann, was in anderen Ländern, in anderen Wintersportgebieten eben nicht möglich ist. Du kannst hier wirklich sehr viel Abwechslung erfahren in deinem Winterurlaub. Egal, was du willst oder was du wissen möchtest, die Informationen oder ganz speziell auch, wo du Unterkünfte in verschiedenen Größen oder verschiedenen Mannstärken bekommst, also egal was du möchtest und auch wenn du nur Durst hast, kannst du zu uns kommen. Und wir wissen, denke ich, fast immer die Antwort. Den checkpointen Gäber Und wir schauen wofür, wenn du dich, und wir finden in anderen hospitalized. Und wir haben wirklich vielmehrischobacht! Vielen Dank.